Guten Tag und herzlich Willkommen in der traditionsreichen Bier- und Fachwerkstatt Einbeck. Das Zentrum von Einbeck ist geprägt durch das imposante Rathaus und etwa 150 spätmittelalterliche Fachwerkhäuser mit prächtig verzierten Fassaden. Auf geht's! Am Marktplatz von Einbeck steht die gotische Marktkirche und das imposante Rathaus mit den drei Türmen. Die verzierten Giebel der umgebenden Bürgerhäuser ziehen jeden Betrachter in seinen Bann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank.